Wir bleiben zunächst im Kriegsgebiet, auch in den Kurznachrichten mit dir, Susanne. In Korsk hat die Internationale Atomenergieagentur heute das dortige Atomkraftwerk überprüft. IAER-Chef Grossi warnte vor einem nuklearen Zwischenfall, falls es dort zu kämpfen komme. Das AKW ist auf russischem Gebiet weniger als 50 km von der Front entfernt. Russland wirft der Ukraine vor, den Meiler beschossen zu haben. Kiew weist den Vorwurf zurück. Vergangene Woche hatten die Hufi-Rebellen aus dem Jemen einen Tanker im Roten Meer in Brand geschossen. Das US-Verteidigungsministerium hat jetzt erklärt, dass offenbar Öl ausläuft. Schon am Wochenende hatten die USA vor einer Umweltkatastrophe gewarnt. Die Hufi-Rebellen hätten eine Bergung des Frachters bisher verhindert. Noch kurz ein Blick aufs Wetter. Morgen überall Sonne und spätsommerlich heiß bei 25 bis 33. Grad.